Heavy Fighter Kein Cargo Eine Person hat Platz Kein Cargo Also die Hurricane ist wirklich aufs Wesentliche beschränkt im Cockpit, nichts Überladenes, alles Nötige nur. Haben sie gut gemacht finde ich. Hier findest du gleich Ressourcen. Aber hier habe ich komischerweise nicht die Grad, wie viel Grad du steigst. Die Anzeige ist nicht da. Vielen Dank. 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 Boah, was sind das für Geschütze? Vielen Dank. 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 Auf der Homepage. Homepage. Aktuell. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.